Servus Leute und ich darf euch zu einem ganz kleinen Spezialvideo begrüßen. Ja, ihr findet es hier in der Playlist zum Total War Spezial, zum Frankreich Total War Spezial, das für die 100 Abonnenten rauskommt. Jedoch, bevor wir starten, möchte ich euch noch auf etwas hinweisen. Da ich ja jetzt über 100 Abonnenten habe, wird es auch Zeit, dass ich ein bisschen Ordnung in meinen Uploadplan bringen. Und damit ihr wisst, was Sache ist, werde ich euch gleich den neuen Uploadplan präsentieren. Der neue Uploadplan, ja, ich weiß, es ist mit einfachsten Mitteln gemacht, aber dennoch möchte ich ihn euch ganz gerne zeigen, damit ihr auch eben wisst, wie geht es hier in Zukunft weiter und wann kommt was. Also, schießen wir einfach mal los. Für alle, die dies jetzt minimiert haben und nicht lesen können, am Montag gibt es zwei Folgen Skyrim. Dienstag wird es ebenfalls eine Folge Skyrim geben und zusätzlich noch zwei Folgen Terraria, sofern diese vorhanden sind. Falls nicht, bekommt ihr am Dienstag auch zwei Folgen Skyrim. Mittwoch zwei Folgen Skyrim, Donnerstag zwei Folgen des Total War Speziales, das ihr nun gleich im Anschluss genießen dürft mit dem lieben Daniel und mir, unserem französischen Experten, und dann kommt ebenfalls noch eine Folge Skyrim raus. Freitags sind, dass ihr fürs Wochenende auch gut gerüstet seid, zwei Folgen Skyrim geplant und zwei Folgen Day Set. Sollte kein Day Set vorhanden sein, weil das Steve und ich können ja immer relativ unregelmäßig aufnehmen, kommen zwei Folgen Terraria. Samstags, Sonnen- und Feiertags weiß ich immer nicht, wie ich da bin, deswegen sage ich jetzt einfach mal hier unregelmäßig, je nach Anwesenheit von mir halt, und wenn was kommt, kommt auf jeden Fall Skyrim. Falls ich im Urlaub krank sein sollte, etc., kommen keine Uploads. Ich denke mal, es versteht sich von selber. Das werde ich euch aber dann im Kanal ankündigen. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Total War Spezial. Ciao, sehr gut!